Deutsche Jahresbestzeit 21.12 von Daniel Regenfuß, der jetzt hier eben nicht am Start ist. Und Alexander Tschisch vom VfB Stuttgart, der Europameister mit Championship-Rekord in Gjörr. 21.15, der gibt hier richtig Gas vom VfB Stuttgart. Schauen Sie sich das an. 21.59 und in Abwesenheit von Daniel Regenfuß dann auch ein recht deutlicher Sieg für Alexander Tschisch. 21.62, damit geht der Sieg nach Stuttgart an den Europameister, an Alexander Tschisch.